ja hallo mein name ist frederick und heute machen wir hier mal ein deck deck zu einem doch gar nicht mal so wenig gespielten legacy deck und zwar br reanimator ein combo deck das von vielen tournament grindern auch gespielt wird weil es einfach günstig ist ein guter einstieg ins format ein starkes deck das auch in den ersten zügen die spiele meistens entscheidet von daher eben auch gerade für turniere sehr gut geeignet wenn man anschließend noch ein bisschen pause haben will und nicht irgendwie immer richtung times geht ganz praktisch und damit heute mal starten wir fangen mal an mit dem thema mana base ist nämlich relativ einfach und auch gar nicht mal so viel es gibt nämlich nur 14 länder in dem deck das ist so die standard konfiguration da fangen wir mal an mit dem thema fetch länder in der liste hier aktuell acht drin viele spielen auch noch neuntes zugunsten eines basics dann kommen die duels br haben wir gerade eben gesagt von daher zwei badlands haben wir mit dabei die für das rote und das schwarze mana zuständig sind dann haben wir eine bayou im mix mit dabei das brauchen wir um aus dem sideboard die karten gegen die graveyard hate spielen zu können in dem fall also gerade nur rote rot schwarz grüne liste dann gibt es noch die variante statt grün einfach weiß zu nehmen um dann mit weißer removal gegen die hate zu spielen aber verbreitet da durchaus die grüne liste ich glaube das kann man so sagen dazu aktuell drei swarms in dem deck wie gesagt viele spielen auch mit zwei aber das kann man erstmal so lassen dann kommen wir eigentlich zum wichtigsten in jedem deck und gerade in einem reanimator deck nämlich den targets mit denen man reanimaten kann und da fangen wir mit einer der stärksten kreaturen in magic an der grisselbrand die liste spielt vier stück wie sollte es anders sein 77 flying lifelink und ganz entscheidend zahle sieben leben sie sieben karten und damit im endeffekt die kreatur die ich am allerliebsten als allererstes mir animaten möchte weil damit kann ich weitere karten ziehen und dann weitere kreaturen reanimaten grisselbrand ist ganz gut gegen schwer dazu flugschachen wenn der geschwerte wird dann hat man eben sieben leben wieder zurückbekommen und hat im endeffekt gratis sieben karten gezogen das ist ein ganz guter trade und die einzige karte die wirklich also gar nicht mag ist eben karakas dann haben wir vier chancellor of the annex mit dabei das ist eine 56 fliegend und ganz entscheidend die hat eben einen pregame trigger wenn ich die nämlich vorzeige dann wird der erste spell gecounter hat den mein gegner spielt in dem spiel es sei denn er zahlt eins mehr das heißt on the play kann man damit sich gegen force of negation und force of will schützen das ist also on the play schon mal eine ganz ganz gute karte on the draw leider nicht ganz so weil der gegner dann im endeffekt irgendwas reinspielen kann um den trigger weg zu haben und dann sein counter spell spielen zu können das ganze wird komplementiert von zwei karten das sind in den meisten listen im flex lot das ist einmal der ashen rider der ist relativ häufig in vielen listen anzutreffen weil er einen out gegen karakas ist weil er wirklich jede problematische permanent auch im game 1 entfernen kann und in der aktuellen liste haben wir mit dabei hier eine elle schnorn weil die gegen sehr viele kreaturen lastige decks sehr sehr gut ist auch game 1 wenn die die vielleicht gar nicht wirklich händeln können das sind die threads die wir reanimaten wollen gut reanimaten wollen bedeutet wir müssen sie auch irgendwie in den friedhof kriegen wie macht man das das schauen wir uns jetzt an und zwar gibt es dafür insgesamt ja acht karten plus diskart den wir vielleicht auf uns selber spielen könnten aber einmal haben wir faithless looting zieht zwei wirft zwei karten in den friedhof mit einem schönen flashback mit dabei das ist schon mal ziemlich gut das kann man prima nutzen um karten von der hand in den friedhof zu werfen gut dafür muss ich dann aber auch ein grisselbrand oder auf der hand haben von daher noch ein bisschen besser und vor allen dingen als instant auch end of turn des gegners spielbar um dann im eigenen zug zu reanimaten die karte entomb die sucht nämlich eine beliebige karte aus der bibliothek und legt sie in den eigenen friedhof das und der weg die karten in den friedhof zu bekommen ja jetzt haben wir sie im friedhof wie kriegen wir sie wieder dafür haben wir vier reanimate kostet ein mana sorcery ich kann eine beliebige kreatur aus einem friedhof zurück ins spiel bringen und verliere so viel leben wie die karte mana kosten hat das ist ganz gut besser weil nach möglichkeit der gegner nichts in seinem friedhof fahrt ist ein sogenanntes exium jeder spieler bringt eine kreaturen karte aus seinem friedhof zurück ins spiel das ist auch sehr sehr gut da muss man nur bei acht geben wenn man jetzt irgendwie dem gegner etwas discarden sollte es nach möglichkeit keine kreatur sein sonst kommt sie nämlich auch wieder und gerade im mirror ist das eine ganz entscheidende karte weil wenn der gegner auf das exium mit einem entomb reagiert das wir gerade eben gesehen haben dann könnte er sich ja dann sogar was besseres raussuchen wir das was ich selber ins spiel bringe da muss man sehr vorsichtig sein dazu gibt es vier anime dead das ist eine verzauberung die eine kreatur in einem friedhof verzaubert und dann entsprechend wieder ins spiel bringt so weit so gut zwei nachteile hat die karte selbstverständlich so jede die so wenig mana kostet und so starken effekt hat das eine ist die kreatur kriegt minus eins minus null und das andere ist dass sie geopfert wird in dem fall wenn das animated das spiel verlässt ja ein bisschen zusammen hier so ein bisschen platz haben schauen wir weiter was wir sonst noch so im deck haben wir haben eben gesehen im 14 länder das ist ein bisschen wenig aber wir wollen natürlich auch möglichst konstant turn eins oder eben turn zwei die kreaturen ins spiel legen von daher müssen wir das ganze ein bisschen beschleunigen dafür spielen wir fast mana das sind vier lotus paddles brauche ich glaube ich nicht viel zu erzählen kennt wahrscheinlich jeder kostet null mana legt man ins spiel kann man opfern bekommt man ein mana beliebiger farbe das ganze wird komplementiert mit vier dark ritual die karte die man eigentlich aus dem storm sehr gut kennt ein schwarzes zahlen drei schwarze bekommen dafür hat man eine handkarte weniger und hat dann quasi turn 1 3 schwarze mana das ist ein ganz guter tausch an der stelle ja und wie schützen wir uns jetzt wir haben ja nicht jedes mal den chancellor of the annex auf der starthand dafür gibt es dann noch discard in der aktuellen liste haben wir da acht karten vier davon sind die unmask die karte wird meiner kenntnis nach tatsächlich fast nur ein reanimator gespielt hier kann man eine schwarze karte von der hand exilen um die karte unmask ohne mana kosten zu casten und kann dann von der hand eines spielers eine beliebige karte diskarten das funktioniert auch auf einen selber wenn man keinen anderen weg hat eine karte in den friedhof zu bekommen dann gibt es die wahl zwischen cable therapy oder fortsis früher hat das deck mit sicherheit lieber viel cable therapy gespielt das hat sich so ein bisschen geändert da im legacy gerade die control decks angefangen haben sehr sehr viele karten immer nur zweimal einmal oder dreimal zu spielen es ist mittlerweile sehr sehr schwer geworden die richtigen karten mit cable therapy anzusagen von daher wechselt man und hier in der liste sehen wir aktuell auf drei fortsis und ein cable therapy also fortsis da die bessere wahl insbesondere auch für spieler die mit diesem deck vielleicht ins legacy format einsteigen oder eben noch nicht so lange dabei sind und dann vielleicht auch schwierigkeiten haben die richtigen karten zu nennen weil cable therapy da mit sicherheit die schwierigere karte wenn man wissen muss was man ansagen muss das war das main deck relativ schlank viele karten vierfach im deck keine großen one offs außer jetzt die ein cable therapy hier statt dem vierten fortsis das ist relativ easy straightforward und jetzt schauen wir uns eben das sideboard an muss halt dazu sagen das deck gewinnt sehr sehr konstant game eins wenn der gegner nicht gerade irgendwie viel graveyard hate schon mainboard spielt und umso schwieriger wird es eben dann game zwei zu gewinnen und game drei da gibt es auch verschiedene ansätze bei dem deck sowie es ja auch verschiedene ansätze der graveyard hate in den gegnerischen decks gibt das eine ist die delay line of the void da bleibt einem nicht viel übrig die muss man removen da kann man nicht drum herum spielen das ist etwas das man natürlich in prison decks sehr sehr viel sieht und auch sehr sehr viel in eben nicht blauen decks die delay line verwenden die zweite variante die der gegner an graveyard hate spielen kann das ist surgical extraction rest in peace und solche sachen die man klassischerweise dann eher in den blau basierten decks findet die eben mit cantrips auch in der lage sind die entsprechenden karten zu suchen und hier machen wir einen großen unterschied wie wir eben die hate des gegners angehen das eine ist die surgical extraction da machen wir folgendes wir diversifizieren unsere threads das heißt wenn wir boarden dann nehmen wir ein oder zwei grisselbrand raus meistens einen wir nehmen auch ein zwei oder drei der chancellor auf die annex raus gerade wenn wir nicht on the play sind sondern on the draw und ersetzen sie durch andere threads damit der gegner im endeffekt mit der surgical nicht vier karten aus meinem deck exilen kann wenn er sie denn auf der hand hat sondern möglichst weniger das stocken wir auf oder können im endeffekt folgende threads ins deck bringen wir haben eine iona schild of emiria eine 7 7 fliegend entscheidender punkt wenn sie ins spiel kommt nennen wir eine farbe der gegner kann die entsprechende farbe nicht mehr casten gegen monofarbene decks ist das quasi game over außer er hat eine karakas gegen viele andere decks ist das aber auch schon sehr gut wenn man gegen blau weiße decks dann schwer dazu flugschachen sagt also weiß dann ist es im endeffekt auch schon eine sehr gute karte mittlerweile nicht mehr ganz so gut da ja viele control decks mittlerweile vier farben spielen teilweise auch fünf farben spielen und dann eben mit jays einen blauen bounce haben mit oko einen blau grünes juhu schön die karte iona aber das ist jetzt ein 3 3 elch also da gibt es mittlerweile viele viele möglichkeiten irgendwie karte loszuwerden trotzdem immer noch sehr sehr stark schützen kann man sie mit dem arch type of endurance das ist eine 6 5 und alle kreaturen die man kontrolliert haben hexproof nicht ganz so wichtig die gegnerischen kreaturen verlieren hexproof und können die nicht bekommen das ist nicht so wichtig entscheidend ist aber dass man damit die eigene iona den eigenen grisselbrand schützen kann vor karakas weil auch das ein target benötigt das ist eine sehr gute karte die man hier reinnehmen kann und die dritte ist der grave titan der hat den großen vorteil wenn der ins spiel kommt bringt er noch zwei 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 ja zombie spielsteine mit und jedes mal wenn er angreift auch der beschleunigt also quasi das spielende sehr sehr schnell das sind die drei karten die wir benutzen können um unsere threads ein bisschen zu diversifizieren dazu haben wir in unserem zeitboard hier in dieser liste noch einen magos of the moon auch das ist ein schönes reanimation target gegen big mana decks oder gegen decks die wirklich irgendwie auf verschiedene farben angewiesen sind und nicht gerade astrolab oder andere wege spielen darum herum zu spielen das ist eine sehr schöne karte das sind die vier karten die wir dafür reinnehmen können das wäre der weg wie wir um die surgical rum spielen so dann gibt es karten wie rest in peace hier ist der entscheidende punkt dafür könnte man probe decay oder ähnliches ins deck nehmen das ganze geht dann aber sehr zu lasten der geschwindigkeit da gibt es verschiedene ansätze der meist verfolgte ist dass man einfach mit dem br reanimator deck in dem fall schneller sein muss und nicht gezielte hate gegen rest in peace boardet da meistens die geschwindigkeitsverluste die man erleidet bewirken dass man zwar das rest in peace im gegenzug das gegnerische deck mit den cantrips aber in der lage ist andere hate pieces zu suchen counter spells zu suchen und man im endeffekt das spiel dann eben verliert wenn man zu lange gebraucht hat von daher der ansatz einfach das deck lieber schlank lassen lieber nur ein zwei drei karten reinborden und dann einfach schneller sein ähm diese ein zwei karten die man gegen solch blaue control decks oder generell gegen blaue decks boarden kann sind ja ich weiß es sind nicht dieselben ähm von von am artwork her aber ähm wir haben hier zwei scented swarm das ist eine 0 1 ja die kann keinen schaden machen die ist aber 0 1 fliegend und entscheidend ist wenn sie angreift kann der verteidigende spieler in diesem zug keine spells mehr casten das heißt wenn wir ähm turn 1 den scented swarm legen den gegner turn 2 angreifen kann er keine spells mehr casten keine counter spells keine surgical extraction und wir können dann tun und lassen was wir möchten im rest des zuges das ist schon ziemlich gut gegen alles was irgendwie blaue force oder andere counter spells spielt ähm dazu ähm sei halt einfach gesagt gerade gegen grisselbrand werden viele weiße decks die swords deploys rausnehmen weil sie nicht gut sind und das ist der grund warum wir den scented swarm reinnehmen wir gehen davon aus dass der gegner einen teil seines removals rausgebordet hat damit können wir ihn überraschen wenn wir trotzdem in an game 2 viel removal sehen dann können wir ihn wieder rausnehmen und uns überlegen ob wir nicht was anderes bohren wollen ja dann haben wir noch ein paar slots wir haben eine fairy macabre ähm das ist die karte die wir gegen alles gegnerische gegen gegnerische greffiat effekte boarden das heißt gegen gegnerische reanimator decks ähm aber eben auch gegen so karten wie live from the loom ähm oder ähnliches dann haben wir ein massaker das ist gegen das deaf and taxes deck das relativ gut gegen unser decks ist und da wo wir zumindest mal irgendwie das board mit räumen können und das gerne auch ohne dass wir mana dafür zahlen müssen ähm und wir haben einmal die shenanigans ähm ähm das ist eine sehr gute karte ähm die zerstört ein ähm artefakt damit kann man also so sachen wie tormod script ähm wie nihil spellbomb ähm oder ähnliches oder auch ähm den silent gravestone ähm äh removen der entscheidende grundpunkt ist die karte hat dredge eins das ist jetzt nicht so viel aber wir können sie tutoren indem wir sie mit dem enttump das wir eben gesehen haben da ist es mit dem enttump in unseren friedhof werfen nächste runde dredgen und dann ein artefakt zerstören das heißt wir kommen sehr viel sicherer an diese karte das ist ein grund warum die mittlerweile als artefakt hate auch gespielt wird so ja es ist alles sehr sehr schön und jetzt werdet ihr euch fragen wunderbar das hast du alles toll erklärt aber was machen wir denn jetzt eigentlich gegen die leyline of the void weil bis jetzt haben wir ja gar nichts gesehen was wir dagegen machen können ja und da kommen jetzt die anderen karten ins spiel die wir spielen und zwar ähm spielen wir in dieser liste aktuell sogar vier ähm reverend silence das ist sorcery kostet vier mana und wenn man einen forest kontrolliert dann kann man den gegner auch sechs lebenspunkte bekommen lassen und kann ihn dann ähm umsonst casten und zerstört damit alle verzauberungen und damit ist dann die leyline entsorgt und der vorteil ist eben wir können wenn der gegner ähm turn 1 die leyline vor dem spiel reingelegt hat ähm können wir auf den bayou fetchen wir haben dann einen forest wir geben ihm sechs lebenspunkte zerstören alle verzauberungen und können dann turn 1 ganz normal weiter spielen ohne dass wir dafür das removen mana investiert haben ohne dass wir geschwindigkeit verloren haben das ist schon ziemlich gut und dann haben wir noch zwei assassin's trophy mit dabei ähm die spielen wir hier statt dem approped decay wie gesagt der entscheidende punkt ist mit der trophy ähm können wir auch die leyline of the void removen ähm das geht mit dem approped decay nicht die würden wir damit nicht wegbekommen ja die karte kann man jetzt auch gegen die rest in peace exporten aber wie gesagt ähm 90 prozent der fälle entscheidet eigentlich das thema geschwindigkeit zugunsten des br reanimator decks weil es sehr sehr starke und explosive turn 1 und turn 2 plays hat ähm wenn das spiel länger wie turn 3 geht ähm dann gerät das deck sehr sehr schnell ins hintertreffen und kann sich meistens auch nicht mehr wirklich befreien ähm ja das war's wenn ihr fragen zum deck habt wenn ihr fragen dazu habt warum man bestimmte karten jetzt noch spielt weil ich es vielleicht vergessen habe zu erklären dann schreibt es in die kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute zeit viel Zeit und du